Sie zählen mit 360t und CAX zu den sehr erfolgreichen Plattformpionieren. Welche sind Ihre wichtigsten Learnings aus diesen beiden Gründungen? Die wichtigsten Learnings aus CAX und 360t würde ich in zwei Bereiche teilen. Das eine sind persönliche Learnings. Ich glaube, die wichtigsten Erfolgskomponenten sind Beharrlichkeit und Disziplin. Zu Beginn dieser Gründungen erfährt man viele Widerstände und die Beharrlichkeit ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um in anspruchsvollen Märkten mit anspruchsvollen Kunden dann auch erfolgreich sein zu können. Der zweite Teil bezieht sich auf das Produkt, das wir kontinuierlich immer weiterentwickelt haben. Innovation ist hier nicht Mittel zum Zweck, sondern wirklich ein ganz wichtiger Wettbewerbsvorteil, um sich dann auch in der Konkurrenz durchzusetzen. Und was würden Sie traditionellen Banken empfehlen, die sich für das Open Banking öffnen möchten? Risikofreudiger, experimentierfreudiger zu sein, die Offenheit zu besitzen, mit vielleicht nicht ganz fertigen Produkten, Tests zu fahren, kleinere Reagenzgläser sich zu nehmen und dort Produkte und neue Prozesse mit Kunden zu testen und dann erfolgreich zu sein, wenn es darum geht, diese Schnittstellen skalieren zu lassen in einmal globalem Kontext, aber natürlich auch was das Produktportfolio anbetrifft.